Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Minigames. Wir sind wieder zu dritt und spielen heute eine Runde Survival Games. Oder heißt das Survival Games? Ja doch, ne? Ja genau, Survival Games. Und wir haben natürlich ein Team gemacht. Wir drei. Ich sag mal, drei Team ist noch okay. Einer davon wird eh total schnell sterben. Ja, wohl das könnte auch nicht sein, wohl das ist ja immer so der Draufrenner. Ich bin eher so der Zurückhaltende. Ah, weiß man nicht. Was ist denn jetzt los? Warum steht der jetzt? Warm up, warm up, warm up. Ja, erstmal den Übungen. Ach so. Also ich renne hin, aber wo sind die Kisten? Ich renne raus, ich renne immer raus. Das sind gar keine Kisten. Ich sollte halt noch 50 Sekunden. Warum sind da keine Kisten? Ja, die kommen wahrscheinlich gleich erst. Aber was ich krass finde, so die, 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 äh, Serverzeiten sind ein bisschen lange. Ja. Ja, das ist für die Arten. Aber sind die Kisten. Okay, komm, alles. Die sehen bei mir zwar aus, die Kistenblöcke, aber... Bei mir auch. Ach, die haben die Kisten kommen gleich erst. Oder? Kann ich springen? Ne, das sind bei mir auch. Ne, eine Kiste sehe ich. Ne, das ist ne Workbench, glaube ich. Ja, wirklich. Machen wir nicht Team, aber fahr Friede. Watt, Alter. Ach so, da will ich im Team aber Frieden schließen, ja, ja. Junge. Also ich renne, ich renne direkt raus. Okay. Und dann hoffe ich später, dass wir uns finden. Also ich renne rein. Und ich hab Fleisch, Feuerzeug, Rüstung, ja, da weggesnackt. Ich bin schon gestorben. Oh nein. Ich verfolge euch aber wenigstens von der Grundseite denn. Oh Mann ey, ja, deswegen sollte man dann noch irgendwann wegrennen. So, ich hab Lars. Ja, Lars hat sich jetzt auch noch meine Rüste. Ja, den Rüsten, da weggesnackt. Da wird da kommen Leute Lars. Ich helfe jetzt ein bisschen hier. Ja, in die Richtung ist glaub keiner. Sag, da kommt einer, da kommt einer. Da kommt zwei. Bam, eingetötet. Da, so läuft der Hase und nicht anders. Ja, meh, ein Team ey. Ah, die machen, da ist noch eine Kiste aber die ist wahrscheinlich leer. Oh, da ist auch eine Kiste. Ah Lars, ah da ist Lars, Lars, was geht ab? Hallo. Da oben ist eine Kiste drauf, ich weiß nicht ob ihr da rankommt. Irgendwie. Ich lauf viermal rein, ich weiß nicht. Lars, wo warst du hier schon? Ne. Waren hier welche? Da hinten ist noch eine Kiste auf jeden Fall. Ah, da war eine Kiste. Wie komm ich da hin? Spring. Ey, wieso komm ich da nicht dran? Du kommst. Hier ist irgendwie eine Falle mäßig dran. Doch, über einen Baum kommst du hoch, über einen Baum. Oh, wie komm ich denn jetzt auf einen Baum? Hier ist noch eine kleine, ja. Guck mal, der Pär hier. Ja. Ja, ein bisschen unfair spielen heute mal, oder? So komm ich in den Strand zurück und Sir you can clean quickly. Blablablablablabla! Das Team, das vorhin Lars gejagt hat. Der verfolgen dich noch. Das war eine Kiste. auch die sommer weg gehen aber du hast einen guten vorsprung das ist gut ist mir egal dass nur noch einer wenn sie um den kümmern ich finde das wird man nicht machen dass man 15 sekunden oder so hat wo man sich nicht schlagen kann 15 und weiß man nicht aber mindestens fünf bei mir ist einer bei mir ist einer bei mir ist einer ich komme ich bin runter ich hätte nicht so viel leben korrekt die kiste ich hab die schon ja ich hab nicht so viel leben hat man ich muss ein kurzer essen das war nun apfel aber naja bis als nichts aber nicht schlecht war schlecht wobei der von hier gekommen ist wobei ich dann denke dass die kisten der richtung der näher sind da unten ist noch eine lase wie viele leben noch rechts von den bücherregalen leben noch keine ahnung ich bin wem da ist der last da unten ich kann ja auch ein bisschen koordinierend ich bin ja auch so so ein krasses ding in hier oben wobei ich wenn ich ehrlich sein soll weit und breit kein seh machen wir team ich hab schon wieder lesen jetzt habe ich auch noch falsche anbekommen oh da hinten ist ein pferd oh Gott ich hab nur noch ein herz das ist nicht die menge da ist irgendwo einer der schießt mit dem pfeil ich weiß nicht genau wo du jetzt nicht lasst aber der ist hier da wo du auch gerade warst oh da hast du den gesehen ja 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 ich sehe ich sehe halt gerade ich bin bei das gerade wo hat denn der tnt oder was elin was ein wichser das ist asozial hast du dich getötet nee aber lass brennen das war ja ja der kommt immer noch gern boah weg geht's nicht was wir mit twitter lassen ja weiß ich ja aber ich hab schon mal steinschwert und ein bisschen rüstung oh das ist gut oder ich hab gutes gefunden wohl ne leder haben wir ja schon wenn du ins wasser noch gehst das ist noch ein bisschen mit goldschwerden kommt nicht aber ich will eben noch um 1 2 3 4 5 6 7 ok sonst ist aber rohfisch ist nicht so gut ich habe eine goldschwung gibt natürlich eine bessere Rüstung ich komme er kommt also ich hab wenn ich ein bisschen mehr leben hätte das wäre geil ist einfach noch hier ist es halt hauers hühnchen aber wenn ich dann nicht durch vergiftung kann er sterben ne äh sterben nicht aber du kriegst mehr hunger aber doch bei hühnchen weiß ich es nicht genau also bei dem anderen ding kriegst du hunger den kriegst du lass dein ding ok sehr gut der lass sehr gut sehr gut so hier ist eine tür auf die war gerade noch nicht auf ähm ja warum wirst du ich hab voll viel Rüstung für dich ich bin hier auf so ein hochhaus boah jawoll weizen gefunden korrekt ohne stein axt wobei ich ein stein schwert da war noch ein äh schwert ja schwert rüstung und bogen ich weiß noch was naja wer das achso ich will auf jeden fall ich will eben kurz zu einer workbench weil ich hab nämlich essen dann kann ich nämlich Brot machen dann hab ich nämlich wieder voll äh Hunger also gar keinen Hunger mehr dann krieg ich wenigstens ein bisschen Leben dazu wenn ich die finde ich hab genug ja auch genug Essen und so alles ich weiß echt noch gar nicht wo das genutzt jetzt bin ich fast gestoppt durch Fallschaden ich bin in so ein hochhaus reingegangen find ich aber kaum Häuser ja das ist gut oder warte ich komm gleich runter ich komm gleich runter las warte vielleicht kann ich dich kochen warte mal warte mal ich glaub ich hab also das sind auf jeden Fall Leute da sind zwei Leute in dem Haus drin wo du jetzt gerade vorbeigelaufen bist da oh oh den einen seh ich den einen seh ich oh der hab ich gesehen der ein paar irgendwas der hab ich gesehen ja die sind bei mir genau in dem Haus bin ich auch alles klar die machen ein Team oh da sind auch zwei wenn im hinterher ja weiß ich euch ja oh ja lass den klatschen ne weil er mich gesehen hat ich schwöre das ist so behindert an dem Spiel ne ne oh ne ich hasse das ne oh ne ich hasse das dann sehen wir wieder ne ich würde den richtigen hatten den Arsch don't be aggressive Lars ne geht gar nicht alter sagen wir eins gegen eins und nicht 15 gegen 5 alter also es gibt noch zwei Teams auf jeden Fall weißt du das hast du eh schon fast das kannst du nicht schaffen ja zwei Teams gibt's noch und irgendwie das ist doch gar nicht aber die Teams treffen gleich aufeinander die Teams treffen gleich aufeinander die Teams treffen jetzt aufeinander wir sind sich alle treffen sich ja das machen wir auch ja das noch nicht bist du da ist gerade einer verreckt und da ist der nächste tot jetzt gibt's noch ein Team und dich oh das ist doof ich bin mal dritter ne ich bin schon mal dritter ist ja egal wie ich hab auch sogar einen getötet das heißt nicht dass ich mich irgendwie ne verschanzt hab ja das Problem ist ich hab halt nur ein Herz das heißt ich bin bumm sofort tot hast du kein Essen? nein ok das ist natürlich doof ja hast du es gefunden dann hätte das auch funktioniert guck mal eben wo du bist da bist du jetzt alles klar warte mal ja die anderen sind äh wie sind die anderen? ich mein du könntest jetzt natürlich auf Deathmatch warten aber ich glaub da hast du auch nicht so die Chancen ja ist egal was ich mach ich hab ihr verloren weil ich hier so schnell komm ich hier eh nicht runter in den 30 Sekunden ja ok stimmt auch ja wo? ja tut mir leid wie kann ich denn jetzt spectaten? ach ja genau ach ja ich hab mich eisgall durch Feuer gestorben ey irgendwie geht es noch gegenseitig? pfff Alter was da alles rumliegt ey na hab ich auch gesehen war richtig krass ey komplett Leute die Idioten ja wobei wir haben ja auch ein Team gemacht von daher ja ja nicht wirklich ne ja ja wir waren eigentlich zusammen ja ich hab dich auch noch nicht gekillt bitte? ja wie ich hab dich noch nicht gekillt weil ich dich gesehen aber sonst waren wir ja nicht zusammen achso ok warten wir worauf warten die alter ach leben ach Gott alter worauf? die warten bis alle vor Leben haben man ist das unendlich ich zähl den doch einfach meint sie die sehen mich? ne die sehen mich nicht also vom Chat her ne ne achso das weiß ich nicht ok jetzt macht mal los alter geh einfach sterben ja ho ach weißt du was fickt euch äh morgen werden wir was anderes spielen machen wir mit Holzschwert meine Fresse Jungs was ist denn los was ist denn los mit euch schwarze ja hallo das ist Westmatch man dann lädt man direkt aufeinander zu und taucht sich kaputt alter mit oder ohne Bogen alter sag mal soll ich noch fragen ob die Kaffee und Kuchen dazu wollen oder was ist echt sowas wollen die nicht einfach warten bis die Zeit abläuft na gut morgen werden wir spielen äh ich glaub Schwabbel in Mainville heißt er genau Mainville ja tolle Mainville werden wir morgen spielen da kommt glaub ich als nächstes und äh ja wer hier gewinnt ist mir eigentlich relativ egal wieviel Rüstungspunkt hast du halt ich wünsche euch noch viel Spaß bis morgen und ciao ciao ciao